Moin zusammen, wir haben den 1. November und es ist ziemlich früh am Morgen. In diesem Clip geht es um den Nasstag, den habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht, mehr Maxima Culpa, aber irgendwie bin ich nicht zugekommen, ging halt nicht. Vor euch liegt der Monatschart und da auf den ersten Blick muss ich sagen, der hat das Schlimmste hinter sich. Es gibt verschiedene Dinge, die mich dazu veranlassen, das zu sagen. Das eine ist, wir sind auf dem unteren Band aufgesetzt, punktgenau. Unteren Monatsband. Wir sind, das hier ist das Corona-Tief, genau auf das 61,8er Retracement gelaufen und kommen davon runter, da waren wir hier bei 10.570, 80 da irgendwo und sind genau aufgesetzt, um dann eine Korrektur zu machen, auch wiederum genau bis zum 50er Retracement von dieser Bewegung. Das gefällt mir, die Verbindung von den beiden, unteres Band und das 61er. Wir sind noch weit weg von der 200-Monats-Linie, die ist jetzt bei rund 7.000, das ist weit weg. Mir gefällt es, das ist ja wie gesagt die Monatskerze hier, dass wir hier eine Stabilisierung reinbekommen über das MACD, über den Trendfolger. Das finde ich gut, gefällt mir wirklich gut. Wir sind noch überverkauft in der Stochastik. Die macht auch noch nicht so eine Art, also es gibt kein Kaufsignal, das habe ich noch nicht. Wäre das ein 10-Minuten-Chart, würde ich die Hälfte der Position kaufen, würde ich long gehen. Ich werde auch heute mehr Scheine machen und zwar einen lege ich hier unten drunter, unter dieses Low, so um die 10.400 rum. Ich werde mehr Calls heute reinmachen als Putz, denn ich denke, das ist fertig. Wir haben die Fed am Mittwoch, klar, aber die großen Werte im Nasdaq haben auch geliefert. Ihr habt die Ergebnisse gesehen, teilweise katastrophal und teilweise gut, Netflix. Aber von der Front kommt jetzt erstmal nichts mehr, da kehrt Ruhe ein. Klar, gibt es jetzt immer wieder so Geschichten wie zum Beispiel Apple, die Zahlen waren auch in Ordnung, ich fand die sogar erstaunlich gut, muss ich wirklich sagen, hätte ich nicht mit gerechnet. Jetzt haben die wieder Probleme mit China, aber der Kurs macht jetzt eigentlich nicht so viel. Jetzt sind wir bei 153. Aber ich wollte jetzt hier eigentlich nicht auf die Einzelwerte eingehen, aber manche wurden halt mit den Zahlen schon heftigst, heftigst verprügelt, Amazon und Meta. Aber eine Netflix ist aus dem Gröbsten raus, muss man einfach so sagen, sowohl vom Chart als auch von der wirtschaftlichen Lage her. Gut, gehen wir mal auf die Woche. Die Woche sieht sogar noch ein bisschen besser aus. Ja, ich mache es mal ein bisschen, trösel es mal ein bisschen hoch. Wie gesagt, das ist das Corona-Tief, hier ist das Allzeithoch. Klar, die Fibus sind die gleichen. Wir sind an der 200-Tage-Linie. Ein bisschen jetzt drüber. Wir waren drunter, sind ganz leicht aus dem Band raus. Das Wochenband liegt also in etwa da, wo das Monatsband lag. Und haben die Fibus genauso gesehen, sind hier, sieht man es deutlicher, an das 50-Year-Tracement gelaufen. Hier ist die 20-Wochen-Linie bei 12.028. Allerdings denke ich mir, wenn wir diesen Bereich hier, das ist die 11.667, wenn wir das überbieten, damit sind wir auch ganz knapp vor dem 50-Year-Tracement. Also, machen wir es mal runter, sagen wir 11.750 ist der Freund freier. Dann ist eigentlich die 13.000 das nächste Ziel. Wir sind auch hier leicht positiv, wenn auch auf einem wesentlichen Niveau über das MACD. Und der Oszillator hat sogar schon ein Kaufsignal geliefert. Also auch hier, das würde mich bestätigen, wenn ich sage, ich möchte gerne den Monatschart kaufen. Wenn das ein 10-Minuten-Chart wäre und das wäre dann der 5-Minuten-Chart, dann müsste ich da reingehen. Dann müsste ich kaufen mit Stopp hier unten drunter. Das ist nicht wenig, das sind 1000 Punkte, das ist ein Haufen Holz. Aber mir gefällt es, muss ich ehrlich sagen, mir gefällt es bisher ziemlich gut. Mal schauen, was der Tag bringt. So, und jetzt sind wir hier beim Tag. Der Tag sieht ein bisschen anders aus. Ich habe jetzt mal die langen Fibus rausgenommen und mich auf die kürzeren von der letzten Abwärtsbewegung konzentriert. Und da finde ich es interessant, das hier war ja das 61er der langen Bewegung und das hier ist das 50er der langen Bewegung. Die liegen fast identisch. Die sind nur ganz wenige Punkte auseinander. Rein vom Chart her. Wir sind hier aus dem unteren Band raus, aber im gleichen Tag wieder rein. Das ist meistens positiv. Und dann zieht der auch lehrbuchmäßig hoch bis zum oberen Band. Also das war schon, diese Bewegung hier war schon cool. Jetzt macht er ein perfektes Atmen bis zur Mitte der Bände auf die 20-Tage-Linie. Sieht sie, kuschelt mit ihr und geht von ihr schon wieder weg. Also das ist ein perfektes, wie soll ich sagen, Atemholen von dem Spurt hier. Daraufhin ergibt sich also auch eins, wir haben hier so ein kleines Doppeltop bei 11.700. Wenn wir das hier rausnehmen mit Schlusskurs, also über 11.700 schließen, ist meiner Meinung nach der Weg 1. Linie 12.080, aber dann das 61er in die Nähe der 200-Tage-Linie. Von der kurzen Technik, ihr erinnert euch, die lange Technik gerade im Monat, das war gut, Woche war auch sehr gut. Von der kurzen Technik dürfen wir hier nochmal so ein bisschen seitwärts gehen, dass sich das hier etwas abbaut. Wir sind leicht, leicht negativ über das MACD und wir hatten ein Verkaufssignal hier an diesem Tag, an diesem Tag hier, über die Stochastik. Aber solange die 20-Tage-Linie hält, finde ich das überhaupt nicht schwierig. Also im Sinne von negativ. Also mir gefällt der Nachstag, muss ich ehrlich sagen. Ich finde den gut, ich gewinne da mehr und mehr Vertrauen rein. Wie gesagt, jetzt stehen keine wilden Zahlen an. Ich glaube, dass die FED was machen wird, jetzt hier am Mittwoch. Aber dafür nichts an Weihnachten. So kann ich mir das vorstellen. Also mir gefällt der Nachstag, ich gewinne da mehr und mehr Vertrauen rein. Die ganz, ganz wichtige Mark, die erste wichtige Mark ist die 20-Tage-Linie bei 11.211 und die zweite ist hier unten deutlicher weit weg bei 10.442. Ich habe mehr Vertrauen in den Nasdaq als in den DAX. Der Unterschied zwischen den beiden von der technischen Sicht ist, der DAX hat schon Fahrt aufgenommen. Der hat schon Momentum drin. Und dem Nasdaq fehlt noch so die Initialzündung. Eine weiße Kerze, die hier drüber geht. Aber das ist für mich die Make-or-Break-Line. Die Mop-Linie 11.700. Wenn es da drüber geht, sollte er deutlich besser gehen. Und ich habe jetzt für diese Fälle verschiedene Scheine. Der eine ist 10.407. Da liege ich also unter diesem sehr wichtigen Punkt. Der hat einen kleinen Hebel von 11,3 momentan. Das ist die HZ3WAL. Der liegt also hier unten drunter. Das ist was. Das kann man bei Schwäche kaufen. Oder wenn nochmal die 20-Tage-Linie touchiert wird. Dann habe ich einen, der ist deutlich höher gehebelt mit 21,5. 10.900. Da liege ich unter diesem letzten kleinen Zwischen-Low hier. Da drunter liege ich. Das ist der Schein, den ich nehme, wenn wir über die 11.700 gehen. Im Moment ein 21er Hebel. Das ist die HC0YUD. Wenn ich Calls nenne, dann muss ich auch einen Putt nennen. Wobei der momentan bei mir noch gar nicht mehr auf die Watchlist kommt. Das ist einer mit dem Hebel von 9,3 bei 12.620. Da sind wir also hier. Hinter dem 61er Retracement. Aber wie gesagt, ich will wissen, wo einer ist. Aber der kommt momentan bei mir noch nicht ins Buch. Das ist die HC01CT. Watchlist von mir aus. Würde gar nicht machen, dass man mal einen hat. Aber ich bin, wenn ich mir die ganzen Charts so anschaue, eher der Meinung, dass wir hier drüber gehen. Hier dran. Und wenn wir es überbieten, und das sollten wir tun, eher in diesen Bereich hier reingehen. Da. Hoch bis zum 61er bei 12.500. Vielleicht sogar dieses Gap hier schließen. Also ich mag es. Ich bekomme da Vertrauen rein. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.